Bevor wir gleich zu den sportlichen Fakten auf unserem Center-Contra-Match-O-P-D. Heute kommt uns noch eine gute Nachricht, auch durch unseren Partner, mit Lonex, die Trikots der beiden, die BKC, die neuen Trikots Bernhard, die kann man nicht nur kräftig erwerfen. Sondern wir werden in der nächsten Stunde noch mit der Besondheit. Jetzt bin ich jetzt voller Konzentration aufs Mensch, also wer jetzt hin möchte, aber auch nach der Beendigung, es ist auf jeden Fall noch ein paar Minütchen, wo man dann diese Trikots kräftig erwerben darf und kann. Kommen wir zu den Protagonisten und freuen uns erst einmal aus, herzlich willkommen, Marc Lanschus und Marvin Seidel. Das Wettkopf-Hoday präsentiert... Das Wettkopf-Hoday präsentiert... Eine große Freude auf Femmero 2 für Kompter 1 zu Umpire Ronan Nils-Firic, Das Wettkopf-Hoday präsentiert... Das Wettkopf-Hoday präsentiert... ... und Service Judge Björn Rüppel... ... aus Kanada... ... Michelle Plini... ... versus... ... von Indiana... ... und Säupten... ... und Säupten... ... und Säupten! ... und Säupten. Das Wettkopf-Hoday präsentiert... ... und Säupten! ... und Säupten! Das war's für heute. 1, 2, 3, 2, 1 Wow. Oh. 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 Gerben. Gerben. Das war's. Oh, nice. Oh, shit. Das ist gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal.